Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله Ich würde sagen, es gibt niemand, der mit rech angebetet wird außer الله سبحانه وتعالى und ich bezeuge, dass محمد صلى الله عليه وسلم sein Diener und Gesandter ist Ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag und ich bitte Allah سبحانه وتعالى dass er uns Al-Ikhlas schenkt Aufrichtigkeit in unseren Taten und Aussagen und ich bitte Allah سبحانه وتعالى dass er uns Al-Qabul schenkt und uns Al-Tawfir schenkt und möge Allah سبحانه وتعالى uns nützliches Wissen geben und daraufhin nützliche Taten und wir werden inshallah heute weitermachen mit dem Buch Die großen Sünden und wir werden heute inshallah die 16. große Sünde behandeln wie in Allah und ich werde inshallah aber zuerst über ein anderes Thema sprechen über ein anderes Thema sprechen und ehrlich gesagt habe ich in den letzten Tagen schon darüber nachgedacht weil man in letzter Zeit immer wieder oft sieht dass es viele Muslime gibt die ein falsches Verständnis haben vom Islam und was damit zusammenhängt und zwar wie der wie der islamische Charakter sein sollte und der oder das Verständnis des Islams im Allgemeinen aber ganz besonders auch in Bezug auf die auf die Wesensart auf die auf die Charaktereigenschaften eines Muslims und ehrlich gesagt wurde ich ja habe ich immer wieder mal Kontakt mit ich habe natürlich mit vielen Menschen Kontakt durch dieses Afrika Projekt seit 6-7 Jahren und allgemein viel Kontakt mit vielen Menschen und ja und da kommt man natürlich hat man immer wieder mal macht mal Bekanntschaften mit verschiedenen Leuten und manchmal ist das wirklich sehr sehr eigenartig ja was Menschen für für Charaktereigenschaften haben und leider ist es so dass manche dann sich vielleicht auch als als praktizieren sehen ja dass sie Islam praktizieren den Islam wirklich praktizieren äh dabei aber ihr ihr ähm Charakter alles andere als islamisch ist und da gibt es wirklich das große Problem dass es dann manche gibt die in ein Extrem gehen ja und dann sagen ich will mit Muslimen nichts mehr zu tun haben und Muslime sind Katastrophe und alle Muslime die einen Bart haben ja weil sie vielleicht falsch ist oder weil sie vielleicht äh das eine oder andere erlebt haben mit mit dem einen oder anderen Muslim irgendwas passiert ist einmal sodass sie quasi ähm irgendwie auf irgendeine Art und Weise enttäuscht wurden ja und sie daraufhin dann sagen okay ich möchte mit Muslimen nichts mehr zu tun haben oder Leute Muslime die einen Bart haben Muslime die bedeckt sind Niqab Himar Hijab nein danke ja das ist dann ein Extrem und das andere Extrem dass ähm äh dass wirklich Muslime ähm eine wirklich sehr sehr verstörte Art und Weise haben ja Islam zu praktizieren und und ähm und dass sie praktizieren den Islam wenn sie den Islam praktizieren in den Taten die zwischen sich selbst also zwischen der Person selbst und ihrem Schöpfer ist das ist seine Sache das ist ihnen selbst überlassen und er wird jeder wird alleine im Grab liegen alleine im Grab liegen und jeder wird alleine Antwort Frage und Antwort stehen ja jeder von uns und deswegen ist es seine Sache ja und ich kann mich wirklich gut daran erinnern dass ich einmal in einem fernen Land einen Muslim getroffen habe einen wirklich besonderen Muslim in meinen Augen ja von in vielerlei Hinsicht Subhanallah und dann traf ich in einem ganz anderen Land in einem anderen Kontinent einen anderen Bruder der diesen äh Bruder gut kannte und ähm und die miteinander aufgewachsen sind und dann sagte ich zu diesem Bruder ja MashaAllah der Bruder so und so ist doch ein ganz guter Bruder ja oder ist ein guter Bruder und der sagte zu mir der hat einfach nicht geantwortet obwohl sie zusammen aufgewachsen sind Freunde waren etc und das hat mich dann verwundert da war ich kurz still wir hatten eine längere Autofahrt zusammen und dann habe ich ihn nochmal gefragt oder es nochmal wiederholt ja ist ein guter Bruder oder ja und der hat einfach wirklich äh das war Tschechene dieser Bruder und äh man kennt sie ja die sind ein bisschen hart ja MashaAllah Subhanallah und ähm und dann sagte ich nicht wahr und ja der gute konnte nicht so gut äh deutscher Bruder und er sagte zu mir und es äh ich fand es lustig aber wirklich äh vielleicht auch deren Art von diesen Brüdern aber er sagte zu mir ich sagte zu ihm nicht wahr und er sagte zu mir Bruder wenn der Bruder ist gut gut für sich selbst schlecht Pech gehabt für sich selbst ja ja er sagte wenn er gut ist ist er für sich gut ist mir egal der sagte bei uns er sagte mir noch er braucht nicht ich sagen gut oder nicht gut ja kleine Mädchen brauchen das und ich muss echt lachen weil die halt ne das ist halt der deren Art ist halt so ein bisschen hart äh zu sein etc aber ähm aber was ich was ich dann sagen wollte ist dass er ja wenn es gute wenn er gut ist ist er für ihn gut ja jemand der viel betet viel fastet oh nein mein Akku ist fast leer jemand der der viel betet viel fastet viel spendet viel ja Gutes tut er macht das ja für sich ja es wird ja ihm zugute kommen und nicht äh mir oder dir und ja aber das ist eine Sache und die aber das andere extrem darf auch nicht sein ja und ich habe ehrlich gesagt jetzt in letzter Zeit äh vielerlei so Sachen gehabt ich hatte vor vor ein paar Tagen hat mir eine Schwester geschrieben sie schrieb erstmal hallo habe ich hallo gesagt ja und dann äh hat sie mir einen Hadith geschickt was ich davon halte oder ob ich ihn kenne ja ob ich ihn kenne oder was ich davon halte und ehrlich gesagt ich kannte diesen Hadith nicht ich habe gesagt ich kenne diesen Hadith nicht ähm und es scheint mir auch gar kein ganz ehrlich kein Hadith zu sein ja von Sunnah oder vom Islam wenn überhaupt irgendwas Schiitisches oder so also nicht weil ich ihn noch nie gehört habe aber alleine der Inhalt war absolut unislamisch ja und da war auch nicht keine Überlieferung dabei sonst irgendwas und ich habe einfach so geantwortet ja sie hat hallo gesagt ich habe hallo gesagt ey man weiß ja nicht ja aber ich habe einfach zu hallo habe ich hallo gesagt und dann kam diese Frage was sagst du über diesen Hadith oder kennst du diesen Hadith irgendwie sowas habe ich gesagt nein kenne ich nicht habe ich ihn auch nie gehört ich denke auch nicht dass das dass dieser Hadith authentisch ist oder dass es überhaupt ein Hadith ist weil das der Inhalt der Methen wie man das im Arabischen sagt der Methen also der Inhalt von dem Hadith war absolut von A bis Z äh war irgendwie sehr 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 merkwürdig ja nicht dass ich ich habe natürlich auch nicht alle Hadith gehört es gibt hunderttausende Hadith und äh man lernt jeden Tag dazu wir alle ähm also das kann natürlich sein dass es ein Hadith wäre im Allgemeinen ähm und aber das Problem ist äh der Inhalt war absolut unislamisch auch deswegen habe ich gesagt Allahu a'lam ja immer dann kam die Antwort von dieser Schwester und sie sagte okay äh dann hat sich die Sache erledigt du löscht jetzt sofort äh unseren Verlauf oder diese Nachricht es gab nichts es gab nur dieses Hallo und was ich über diesen Hadith sage ja über diese Überlieferung sie sagte mir du löscht jetzt sofort diesen ähm diesen 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 Verlauf oder das was ich dir geschickt habe also diesen Hadith quasi äh ansonsten mache ich Dua gegen dich sonst werde ich Dua gegen dich sprechen ja da hab ich gedacht okay ja schon komisch hart ähm ich hab auch gar nicht verstanden hab ich gedacht ja wie meinst du was meinst du mit du machst Dua gegen mich oder was willst du mir damit sagen ja ich hab wirklich gedacht vielleicht hat sie sich irgendwie vertippt oder das kann ja passieren aber er sagt ja so wie ich es dir gesagt habe das was ich dir geschrieben habe war eine Amenna also ein anvertrautes Gut und wenn du das nicht löscht und ich gebe dir hiermit Zeit bis zum Asr Gebet ja so quasi die geben jetzt eine Stunde oder so Zeit und wenn ich das nicht mache sie spricht mit Gebete gegen mich da hab ich wieder okay da hab ich dann gesagt ey was ist das wo was ist das für ein Benehmen und ja ja und ich mein ich könnte das ja verstehen wenn mir jemand zum Beispiel ja es gibt ja andere Fälle wo man mit äh keine Ahnung ne wo man zum Beispiel schlichtet zwischen einem Ehepaar oder so oder jemand hat irgendwie zum Beispiel eine Familie spricht schreibt mich an und man hat gegen sie Sihr gemacht und sie schicken mir irgendwie Bilder vielleicht von ihren Kindern oder ja irgendwas Privates irgendwas Persönliches was jetzt wirklich ja wenn sie mir dann sagen würde kannst du bitte die Sachen löschen ne dann würde ich das ja verstehen ja vielleicht dann wäre das ja okay ich mein für mich auch wenn ich es nicht lösche was nach meinem Verständnis einfach äh diese Sache angeht mit anvertrautem Gut dass ich das nicht weiter schicke dass ich es nicht anderen Leuten zeige etc ja was etwas was persönlich ist was privat ist hab ich nicht weiter zu zeigen hab ich nicht einfach so weiter zu geben ja aber ja und ey die Schwester die hat wirklich darauf bestanden ich hab gesagt guck mal da ist nichts Persönliches erstens ich zeig das ja nicht weiter oder ich aber da ist ja gar nichts da ist nichts von dir das ist ein Hadith gehört der Hadith dir oder ja und sie hat das nicht verstanden ich diskutiere jetzt hier nicht du bist ein Narr du bist ein Veruntreuer und so die fangen dir an zu beleidigen beleidigen hab ich wirklich gedacht die hat vielleicht psychischen Schaden oder so aber auf jeden Fall hat sie dann beleidigt und beleidigt hab ich gesagt okay möge Allah dir vergeben alles ist gut sagt die nein nichts ist gut ja nichts ist gut da hat sie wirklich mit dir mit mir zwei Tage und immer wieder ich hab jetzt die Dua ist raus ich hab die Dua dagegen ich hab ja guck mal ich werde es ganz bestimmt nicht löschen ja weil erstens du hast mir gar nichts zu befehlen ich hab dir gar nicht gesagt du hab ich dir gesagt du sollst mir schreiben ja und da hab ich mir echt gesagt Subhanallah ja hab ich dir gesagt du sollst mir schreiben hab ich dir ja und Subhanallah es gibt wirklich und es gibt so viele solche Sachen ja es gibt wirklich viele solche Sachen ich würde natürlich nicht wenn mir jemand etwas Privates etwas Persönliches schickt sei es Foto oder Nachrichten oder Informationen von seiner Familie von seinen Kindern oder von seinem Ehestreit oder sonstiges einfach so weitergeben natürlich das ist ein vertrautes Gute das macht man nicht und so ja aber ja und solche Sachen gibt es leider wirklich sehr sehr viel ja und sie hat wirklich darauf bestanden hat mir zwei drei Tage geschrieben immer wieder ich mache jetzt nochmal durch ich gebe dir jetzt nochmal eine Chance und so weiter und so fort ich hab ihr gesagt guck mal ist mir egal und ich werde das ich habe dir gesagt guck mal ich werde das 100% nicht löschen ja weil da ist nichts zu löschen zweitens ich will mir von dir gar nichts sagen lassen befehlen lassen wo du kein Recht hast mir etwas zu befehlen ja wer hat dir gesagt das zu mir dass ich dir gehorchen muss und und so weiter und so fort ich habe keine Angst vor deinem deinem Bittgebet weil dein Bittgebet dieses Bittgebet ich meine basiert auf Ungerechtigkeit ja du willst Bittgebete gegen mich sprechen ich habe dir kein Unrecht getan ich habe nichts veruntreut ich habe nichts ja deswegen mach Bittgebete gegen mich ich mache das von morgens bis abends kannst von mir sogar im letzten Drittel der Nacht aufstehen und fertig ich habe mir immer wieder möge Allah dir vergeben fertig ja lass mich in Ruhe fertig ja wie auch immer aber es gibt so viele solche Sachen einen Tag und das war jetzt vor ein paar Tagen vor 3-4 Tagen am nächsten Tag schreibt mir ein Bruder ähm Bruder ich habe keine Ahnung auch ein Bruder den ich jetzt nicht kenne einfach ein Bruder der mir einfach hier bei den Vorträgen zuhört und ähm oder öfters bei den Vorträgen dabei ist äh ich möchte auch nicht diese Schwester jetzt beladen ich würde auch jetzt niemals ihr ihr Name bekannt geben oder sonst irgendwas möge Allah sie recht hat möge Allah uns alle recht hat jeder von uns hat ja irgendwie ne Schwächen, Sünden, Fehler äh manche sind halt einfach keine Ahnung es kann ja sein dass irgendwas mit ihr nicht stimmt oder äh sonst irgendwas aber das sind so komische Sachen dass manche Geschwister vielleicht sind die praktizierend indem sie den Islam wirklich gut praktizieren zwischen sich und Allah dass diese Person kann zwischen sich und Allah vielleicht in dem Sinne gut sein dass sie pünktlich betet fastet spendet ja vielleicht nicht gut zu ihren Eltern ist etc aber ja dieses Zwischenmenschliche dass man einfach und da habe ich ihr gesagt guck mal Schwester ich habe ihr das erklärt ja kurz was an Vertrautes gut ist äh dass ich das so sehe dass man Sachen nicht weiter ergibt was persönlich ist was privat ist etc aber ansonsten du kannst mir noch nicht befehlen und Dua gegen mich sprechen wollen und mir drohen er hat mir wirklich gedroht richtig gedroht und Texte geschrieben äh nur weil ich äh einen Hadith den du mir geschickt hast ist der Hadith dein dein Eigentum dass du mir damit drohst ja und und so weiter auf jeden Fall äh äh aber solche Sachen ein Tag später ruft mich ein Bruder an den ich auch nicht persönlich jetzt irgendwie gut kenne oder so wie gesagt er hört mir einfach nur bei den Vorträgen oder öfters ist bei den Vorträgen dabei ähm und dann schreibt er mir um wirklich 4 Uhr noch etwas ja also mitten in der Nacht schreibt dein Bruder ich brauche dringend Geld und so kannst du mir bitte war keine große Summe 100 Euro oder so war nicht jetzt viel Geld kannst du mir das bitte überweisen ich brauche das ganz ganz dringend und dann äh kannst du mir das bitte über RIA schicken oder Monogram oder so ne also Western Union und und dann schreibt er nicht dass er wartet dass ich ihm zurückschreibe ja ok nein gut mach ich mach ich nicht kann ich kann ich nicht sonst irgendwas ja sondern er schreibt das dann schreibt er direkt schon die ganzen Informationen damit ich überweise ja Name Staat keine Ahnung was und dann ruft er mich an aber er ruft nicht einmal an er ruft um 6 Uhr 6.30 6.40 6.45 Tag 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 Anrufe ohne Ende ja also da macht er auch noch Druck dann denke ich mir Subhanallah ich hab ihm ehrlich gesagt nicht geantwortet ja und ich bin ja auch nicht so auf diesen Bruder und ich würde auch nicht seinen Namen jetzt bekannt geben oder so auf keinen Fall niemals und wie gesagt es kann ja sein ja und ich es ist in Ordnung dass jemand vielleicht Hilfe braucht und äh ja aber die Art und Weise die Art und Weise dass man um diese Uhrzeit mitten in der Nacht schreibt ok mitten in der Nacht kannst du mir schreiben ja aber dann schreibst du mir Bruder ich bin gerade auf der Autobahn ich bin stehen geblieben mit meiner Familie und keine Ahnung was und wenn ich dir helfen kann wenn ich 100 Kilometer fahren kann zu dir dann ist es eine Sache aber du bist gerade in einem ganz anderen Land ja ich bin übersee quasi ich muss das ja ich bin nicht da um 4 Uhr morgens hat auch keine Bank auf und dann auch direkt schon die Bank Informationen dazu zu schicken quasi dass ich als hätte als müsste ich das machen ähm und solche Sachen ja und ehrlich gesagt ich habe viele solche Sachen ich habe jetzt im Ramadan ich bin ehrlich gesagt ich bin Alhamdulillah es ist vielleicht darin ist Gutes und auch Schlechtes ich bin so in manchen Sachen bin ich äh vielleicht ein ein äh wie nennt man das jemand der äh hartnäckig ist ja äh da hat man mich wirklich manchmal auf die Palme gebracht und eigentlich bin ich einer der den man sehr sehr schwer auf die also dass man mich auf die Palme bringt das das muss man auch erstmal schaffen ja aber ich hatte da solche Sachen zum Beispiel im Ramadan von den Spenden ähm da hat jemand irgendwie was gespendet etwas gespendet für ein Dorf zu speisen ja und hat mir seinen Namen gegeben äh Barglau Fikum ja hat mir sein Geld gegeben dass ähm dass wir ein Dorf speisen da habe ich einen einen Dorf speisen lassen in dem Video habe ich ihm auch Bilder und Videos geschickt ja Bilder und Videos geschickt ähm ähm wo man auch dann für ihn und seine Familie Bittgebete gemacht hat etc. und da hat der Bruder mir danach geschickt er sagt mir ähm Salamu Aleikum ähm ok ich habe das jetzt gesehen und ich kann das er konnte das irgendwie herauszuhören keine Ahnung ob das so ein äh IP äh Profi ist oder sonst irgendwas er sagt äh du hat ihr habt diese Stimme die da geredet hat und meinen Namen gesagt hat und Dua gemacht hat ihr habt diese Stimme reingeschnitten in das Video ja das ist wir haben ein Video gemacht quasi ja wo die Leute gegessen haben getrunken haben und das was derjenige gesprochen hat hätten wir wohl reingeschnitten ja oder ich ja ich bin ja sowieso voll der Profi mit äh Bilder, Videos etc. aber gut hätte man ja rein theoretisch ja machen können er sagt mir ja äh und deswegen ich werde nicht mehr bei dir spenden und ich werde allen meinen Cousins in Deutschland und keine Ahnung wo sagen dass sie nicht mehr bei dir spenden ja dann habe ich ihm gesagt okay Bruder hast du Beweise oder sonst irgendwas dafür Beweise, Zeugen ja ich hab dem gesagt guck mal ich bin bereit wenn du willst morgen Abend gehen wir live auf meiner Seite ich hab da keine Ahnung 15.000, 17.000 Follower wir gehen live du und ich zusammen hol bitte deine Beweise, hol deine Zeugen ja ja und dann kannst du mich vor allen meinen quasi Followern oder wie man die nennt kannst du mich bloß stellen und ich lasse das Video auf meiner Seite okay da sagt er nee mir ist es egal ich komm gar nicht ich mach gar nichts sieht für mich danach aus als wäre das so ich hab keine Beweise sieht für mich danach so aus äh und ich lasse das einfach bei Allah ja einfach so einem ein äh äh subhanallah also er hat keine Beweise er hat keine Zeugen gar nichts einfach nur von seinem Gefühl heraus jemand ja der 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 so untreue in die Schuhe zu schieben subhanallah ohne ja und dann ja das war's es hat sich für mich erledigt ich lasse das bei Allah und fertig ey du hast mir gerade gesagt ich bin ein Dieb ja und dann sagst du einfach ja egal alles okay kein Problem wie auch immer das sind solche Sachen ein anderer Bruder der schickt mir äh der sagt auch mashallah hat viele möge Allah diese Geschwister belohnen für die guten Taten die sie gemacht haben und möge Allah äh ihnen vergeben und uns vergeben jeder von uns hat wie gesagt äh Schwächen und 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 Fehler und ja keiner ist perfekt und ich möchte auch diese Geschwister jetzt hier nicht irgendwie so dass dass wir sie oder irgendeiner in den Kommentaren sie beleidigt etc möge Allah uns alle recht leiten wie gesagt aber das sind halt solche Sachen die die in der Umma äh die wir in der Umma leider oft haben ja ist einfach eine Verleumdung oder einfach das ist keine Kleinigkeit ja und es reicht nicht dass wir einfach nur einen Bad haben oder beten und fasten und dann äh Subhanallah ja ein anderer Bruder der schickt der hat auch mashallah aber möge Allah ihn belohnen hat viele Dörfer mehrere Dörfer gespeist hat Geld geschickt etc dann habe ich ihm auch Bilder und Videos geschickt etc und dann fängt er an in den Videos weil er fragte mich vorher ja wie viele Leute essen dann in diesem Dorf dann habe ich ihm Bruder keine Ahnung also genau weiß ich es nicht aber 200 300 Leute dann hat er in dem Video ja hat er angefangen die die Köpfe zu zählen und dann sagt er mir Bruder ey hier in diesem Dorf waren aber nicht so viele Leute da waren viel viel weniger Leute da waren nur so und so viele Leute ich hatte ihm Bruder gesagt Bruder es tut mir leid ich kann nicht in die Dörfer fahren in den Norden im Süden ich konnte dieses Jahr zum ersten Mal seit 6-7 Jahren zum ersten Mal nicht nach Afrika reisen im Monat vom Ramadan wegen halt weil es keine Flüge gab ich hatte mir Bruder ich kannte wir können noch nicht 100 Kilometer in jedes Dorf fahren und dann einzeln die Leute zählen und wissen wie viele Leute ganz genau zu jedem Iftar kommen ich kann Ihnen nur sagen ungefähr aber wenn weniger kommen es gab ein anderes Dorf wo doppelt dreifach so viele Leute gekommen sind ja Subhanallah und solche Sachen ja oder allgemein Leute dass sie zum Beispiel so sehr heutzutage dass wir so sehr auf diese Fotos und Bilder und Videos fixiert sind ja ich spende manche Leute spenden bei mir und die sagen mir ich möchte dass du das auf deiner Seite postest warum warum soll ich das auf meiner Seite posten es reicht doch vielen vielen Leuten die den Brunnen schicken ich poste das gar nicht ich schicke denen das einfach auf ihr Handy wenn ich ihre Handynummer habe ich schicke denen das einfach auf ihr Handy und fertig ja manchmal poste ich das trotzdem manchmal nicht aber ich denke mir was willst du mit deiner Spende möchtest du das Wohlgefallen deines Schöpfers möchtest du ähm Belohnung oder möchtest du gelobt werden oder ja oder wie auch immer Allahu anem nun kann er uns alle recht leiten und aber wie gesagt es sind oft solche Sachen und eine Sache die wir leider oft sehr oft sehen ehrlich gesagt dass Leute praktizieren ja vielleicht sind sie wirklich gute Diener zwischen sich und Allah Anbetungen zwischen sich und Allah aber das Zwischenmenschliche mit anderen Menschen wie sie umgehen wie sie mit anderen Menschen reden Respekt Großzügigkeit mit den Eltern mit der Ehefrau mit dem Ehemann mit dem Nachbarn etc viele von uns sind Katastrophe du bist vielleicht ein guter Muslim zwischen dir und Allah aber um ein guter Muslim zu sein und ein guter Diener zu sein zwischen dir und Allah musst du aber auch ein guter Diener sein zwischen dir und deinen Mitmenschen Muslime nicht Muslime Eltern Scheich Kinder Ehefrau ja und das ist eine Sache die uns fehlt eine Sache die uns wirklich sehr sehr fehlt und wo wir alle sehr sehr viel daran zu arbeiten haben ja ist eine Sache dass wir anfangen zu lernen wie wir reden mit einem mit einer anderen Person wie wir reden mit einem Älteren das gehört zum Hadith vom Prophet Mohammed ja zu dem zum Respekt deinem Schöpfer gegenüber gehört es respektvoll zu sein den Älteren gegenüber ist Hadith vom Prophet Mohammed viele von uns die reden mit einem 70 jährigen und sie reden mit einem 70 jährigen als würden sie mit ihrem ja mit dem besten mit seinem mit seinem Schulkameraden reden der auch in der ja in der 10 Klasse ist oder der gerade mit ihm in der Uni ist ja mit 25 Hey derjenige ist 70 Jahre alt wenn du ihn ehrst und mit ihm ja nie Respekt mit extra ja mit einem extra mit einer extra Packung an Respekt ihm gegenüberstehst mit ihm respektvoll redest du respektierst in diesem Augenblick respektierst du und ehrst du deinen Schöpfer die Älteren Menschen zu respektieren und zu ehren gehört zu der Verehrung Allah subhanahu wa ta'ala wie der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagte und das sind solche Sachen liebe Geschwister die uns alle wirklich fehlen oder vielen von uns fehlen ja wie wir mit anderen Menschen umgehen ja Großzügigkeit manche Leute sind geizig geizig der den eigenen Kindern gegenüber geizig der Ehefrau gegenüber geizig den eigenen Eltern gegenüber und nein was ist das für ein Islam du sollst großzügig sein sogar zu deinen ja zu wenn du Nachbarn hast und diesen Juden und Christen und Götzendiener sei großzügig zu ihnen und das ist Islam geschweige denn zu deiner eigenen Familie Frau Kinder Geschwister ja manche Leute sind geizig und gierig gegenüber den eigenen Eltern ja subhanallah und deswegen liebe ich wir sind in einem Zustand dass viele von uns sehr sehr viel jeder von uns hat an seinem Charakter zu arbeiten jeder und ich habe mich vielleicht gerade ich wollte mich nicht beschweren aber ich wollte nur inshallah mit mit vielleicht dass wir darüber reden und das ja aber ich habe an meinem Charakter sehr viel zu arbeiten und jeder von uns weil jeder von uns keiner ist perfekt ja keiner von uns perfekt ist Allah ja unser Chef ist perfekt seine Namen seine Eigenschaften das was er sagt das was er macht alles bei ihm ist er hat die Vollkommenheit ja alles außer ihm ist unvollkommen außer alles außer unserem Schöpfer ist nicht vollkommen und deswegen alle wir haben alle an uns zu arbeiten jeder einzelne hat an sich und an seinem Charakter zu arbeiten an seiner Wesensart ja und dann hörte ich aber auch wiederum öfters ja öfters von von manchen praktizierenden Muslimen dass sie weil sie solche ja so schlimme Eigenschaften sehen bei praktizierenden Muslimen sagen sie bei mir wenn ich einen Bart sehe fertig ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben wenn ich einen Hijab sehe das ist auch falsch absolut falsch ja absolut falsch weil guten Charakter und schlechten Charakter findest du bei allen Menschen ja einen guten Charakter und schlechten Charakter findest du bei allen Menschen gute Taten schlechte Taten findest du bei allen Menschen ja praktizierende Muslime nicht praktizierende Muslime gar keine Muslime alle Charaktereigenschaften und alle Sachen findest du bei allen Menschen ja einen Moment ich muss kurz mein mein Handy aufladen weil ich sehe gerade äh mein Akku ist äh fast bei null das stört mich irgendwie aber ich brauch einen Moment ganz kurz ja ich hab das ich hab das ich hab das das ist eigentlich ich hab das ich hab das ja ja ich hab das ich hab das ich hab das Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.